Die Studentin Elisa und die Hack-Maturantin Selina verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, die Musik. Zusammen treten sie seit geraumer Zeit unter dem Namen Golden Strings auf. Wie würdest du euren Stil beschreiben? Schon akustisch und eher so ein bisschen auf der groovigen Seite, nicht so verkleben, sondern einfach ganz lockerlässig. Ein bisschen Country, mit mir auch bei dir gerne. Wo jeder ein bisschen mit Schwingen kann. Woher nehmt ihr Ideen für neue Songs? Ich denke, wir sind beide sehr viel auf TikTok unterwegs. Wir schauen da sehr viele Musikvideos an und wir lassen uns dadurch immer viel inspirieren, weil wir spielen zwar viel Popmusik, aber ändern wir in die Akustikrichtung und dadurch lassen wir uns von dem, der die Songs inspirieren und über Spotify und alles natürlich auch. und dann probieren wir einfach mal alles immer nachzuspülen und wenn es geht, dann geht es und wenn nicht, dann noch nicht. Noch nicht. Wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde draufstehen? Ich glaube, ich bin auch für Umständen klein. Klein. Weil ich so klein bin. Klein, aber gescheit. Klein, aber oho. Oho, ja. Wie habt ihr als Band zusammengefunden? Ja, also in dieser Linie haben wir uns eigentlich durch die Musik kennengelernt und sind auch relativ schnell draufgekommen, dass wir uns auch sehr gut verstehen und dass wir uns musikalisch irgendwie auch gut ergänzen. Und mittlerweile sind wir halt nicht nur musikalisch zusammen gut auf dem Weg, sondern auch bis die Freunde waren und ich glaube, das schweißt uns ganz gut zusammen. Wir sind jetzt eigentlich auch fast immer einig. Ja, schon fast. Für welche Eigenschaften an dir erhältst du oft Komplimente? Ja, ich glaube, dass ich einfach selbstbewusst bin und immer nichts sagen lasse. Ich sage das, was ich mir denke. Ja, finden zwar vielleicht nicht immer alle gut, aber ich glaube, dass das gut ist. Diese Musikgenre geht gar nichts. Heavy Metal. Ist so für mich ein bisschen ein Logo, also da finde ich mich nicht. Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Dadurch, dass ich nicht so eine gute Krönung bin. Also ich kann Nudeln kochen oder vielleicht meine Pizza, weil das der Beste kocht. Du lässt mich lieber bekochen. Also als Besten kocht, würde ich mich nicht bezeichnen. Ich lasse mich lieber bekochen.